Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ich spiele schon wieder ein bisschen mit meinen Einstellungen herum. Ja, ich würde sagen, wir beginnen wieder mit den Sachen, die wir brauchen. Weil wir wollen ja mal alles... Warte. Mal weiterkommen. 12.000 Diamantenhammer. Könnte man uns da eventuell schon was kaufen? Das ist jetzt die Frage. So, Linsen können wir hier wieder anpflanzen. Die Medaillen, wir müssen mehr zusammenkriegen, damit ich mir mehr Farmhelfer kaufen kann. Die sind sehr, sehr, sehr wichtig. Ohne denen geht natürlich gar nichts. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu laut, ne? Ja, muss ich nachher noch kontrollieren nach der Aufnahme. Ich mache eh immer kurz Stop und dann sehen wir es eh. Okay, so. Dann machen wir hier mal Sildeli. Aha. War das jetzt ein neuer Ton? Aber nicht schlecht. Gut, was braucht man dann noch? Die normalen goldgelben Tomaten. Haben wir die jetzt angepflanzt? Lila Ochsenherz ist nicht in Saison, das heißt, die kommen da hin. Ne, haben wir eh keine. Gucken mal. So. Äh, violette Kartoffel. Ohne. Das ist aber nicht da oben, oder? Ah, die muss ich auch mitnehmen. Hupf, mitgenommen. Ne, das sind die nicht. Die sind eh nur im Winter, deshalb können wir die ruhig abernten. Okay, weg damit. So, Dali. Aha. So, was haben wir denn noch? Die Sachen. Okay, okay, okay. Warte mal ganz kurz. Jetzt ist der Ton aus. Hoppla, das wollte ich nicht. Warte, 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 warte. Ich sollte halt den Ton ein bisschen... Ist jetzt vielleicht besser? Ich weiß auch nicht, ne? Ah. Ich schaue mir das dann nach der Folge an. Ist, glaube ich, besser wie jetzt. So, das heißt, die sind jetzt eh nicht. Hier drüben haben wir noch die Blumen, die wir mitnehmen müssen. So, her damit. So, Gänseblümchen Marmeladenkochtopf. Ähm, die sind hier drüben. Mona. Mona. Können wir da gleich wieder nachfüllen? Ja, guck. Die sind nicht voll. Ja, da muss ich dann mehr ernten. So, die sind auch nicht ganz voll. Nicht genügend Ressourcen. Die Äpfel fehlen. Voll. Okay, dann haben wir eh jede Menge Äpfel. In erster Linie ja mal hier. So, abernten. Abernten. Wo haben wir noch Äpfel? Äpfel sind rar bei uns. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Da ist Apfel, da ist sonst nichts mehr ein Apfel. Dieser Kranz hinten könnte ich auch abernten. Da können wir nämlich, ähm, Medaillen wieder sammeln, wenn wir, ich glaube, 150 das Stück. Oder pro, pro, also 450. Kriegen wir ein bisschen was an Medaillen. Ich weiß es nicht so genau. Ist eh nichts voll noch. Okay. So. 12.000. Haben wir. Kriegen wir. Da hinten. Äh. Wo, wo muss ich jetzt hin? Ein Feld, also ein Stück Land wieder dazu. Hoppla. Wollt nicht. Nee, fa-falsch. Da. Ja, ich glaube, da muss ich ein Stück weiter nach unten. 10.000. Haha. Okay. Das nächste Stück kostet uns dann 11.340. Okay. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt hauptsächlich nur auf die Sachen, weil, ähm, ich möchte meine Farm dann drück setzen irgendwann und alles von neu aufziehen. Dazu möchte ich gerne mehr Farmhelfer haben. Das ist wichtig. und es muss alles an Land aufgekauft sein. So, Zwiebel, 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 Zwiebel. Die braucht man, damit man mal was füttern kann. Das ist hier, naja, Kichererbsen. Haben wir jetzt Kichererbsen im Betto? Nein. Das heißt, wir hauen jetzt ein Knoblauch her, damit mal unsere Schafe was zu fressen kriegen. Die sind nämlich arm dran. Die sind ein bisschen zu arm dran. Sonst Zwiebel-technisch haben wir Glinzen. Ja, dann haben wir noch ein Knoblauch hin, was schon. Wo haben wir noch? Hier. Dann füllen wir hier auf. So. Haben wir da noch irgendwo Zwiebeln? Zwiebeln. Da ganz vorne haben wir noch Zwiebeln. Okay, dann kann ich einmal ganz schnell aufdanken. So, warte. Einmal aufgetankt. Das ist dann eh gleich wieder die Saison vorbei. Ich würde halt jetzt nur mit denen Sachen arbeiten, die uns die Medaillen bringen. Dass wir Quest für Quest wirklich abschließen. Ich muss dann eh mal kurz in die Stadt, damit ich sehe, ob wir irgendwas verkaufen können, was bestimmt möglich ist. und das mal uns wieder neue Quests dazu holen. und das mal auch noch mal angepflanzt. Oh nein, ich hätte meine Gunst aktivieren sollen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So. Na ja, 300 ist halt noch nicht viel. Aber nur, dass die mal was zu fressen kriegen. Die armen, armen Tiere. Okay, sonst ist eh noch nicht wirklich was voll. Die Blumen müsste ich dann abernten, dass ich Dings machen kann. Warte mal, ich gebe denen jetzt mal was. Die haben jetzt schon wieder Nummer 96. Die sind nicht mal voll geworden. Aber was ist, wenn wir eine Quest reinkriegen? Ähm, auf L machen wir das. Okay, da haben wir eigentlich alles noch. Goldgelbe Tomaten, okay, Linsen, okay. Speiserüben. Speiserüben sind aber erst wieder im Winter. Gelber Clownfisch, goldener Bambus, die haben wir jetzt gerade nicht. Großmutter Patree, pass auf. Großmutter Patree, so, dann müssen wir hier aber fertig machen. Oh shit. Eps, anderes Haus, bitteschön. Oh, das ist fertig. Wunderbar, dann machen wir hier gleich ein Großmutter Patree. Was fehlt mir? Nein, ernsthaft. Zwiebeln. Die Zwiebeln verfolgen mich, na? Das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein. Die Zwiebeln verfolgen mich. so, gib mir den Bambus. Habe ich da jetzt schon was vergessen? sieht nicht so aus. So, die sind fertig. Alles klar. Ähm, die Sachen sind alle noch. Das passt, das passt. Okay, Äpfel. Haben wir hier einmal. und da vorne. Ich hab voll wenig Äpfel. Das gibt's doch nicht, oder? So, warte, die haben angepflanzt. 54 haben wir erst. Okay, warte. Dann packen wir hier gleich so viel hin, dass die Quest dann abgeschlossen wäre. Wir gehen jetzt rein nur auf das. So. Jetzt haben wir 108 Stück. Dann können wir eigentlich eh dann mal verkaufen gehen, oder? So. 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 Mein Dank ist auch schon wieder gleich. alle. Ich und mein Tank, Tank. So. Nein, das war einmal zu viel. so. Okay, 330 brauchen wir. 270, das müsste. Ne, das geht sich hier nicht aus. Ich bin keine 60 Stück. Oh nein, jetzt habe ich es wieder gegossen. Sind es 24. So. Jetzt wäre das abgedeckt. Ähm, Zwiebeln. Ja, die Zwiebeln, die brauchen alle. die sind unten fleißig am Arbeiten. Beide, sehr gut. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz in die Stadt. Die Sachen einfach verkaufen, was wir verkaufen können. die Milch verarbeiten wir weiter. Wie sieht es hier aus? Hat keine Diamante mehr. Hier waren wir immer voll. So. So. warte mal. Gibt es da nicht... Waren da nicht mehr Animationen immer? Also, was heißt immer? Beim letzten Update sollten ja, glaube ich, neue Emotionen dazugekommen sein. Oder ich täusche mich gerade. Können wir bei dir? Nee, die gehen wir nicht her. Haben wir bei ihm noch was? Ja, 100 Stück. Was möchte er denn? Zwiebeln. Wo soll ich ihn Zwiebeln hernehmen? Achso. Essenstechnisch haben wir gar nichts. Was möchtest du? Ja, die kannst du auf jeden Fall haben. So. Kannst du es haben? Klar. Nee. Nee, 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 nee. Die kriegst du nicht. Haben wir nicht? Ihm haben wir, glaube ich, auch schon gehabt. Haben wir nicht? Nee, ne? Ja, mit den Zwiebeln. Nein. Mit den Zwiebeln. Und dann war es das eh schon wieder. Okay. Blumentechnisch. Ging. Ah, nur die Weißen gehen uns ab. Dass wir Dings machen können. Weiß. Haben wir hier auch irgendwo Weiß? Hier haben wir einmal Weiß. Gelb. So wie hier haben wir wenig Weiß. Das ist aber sehr wenig Weiß. Gut. Sonst ist eh nix. Alles klar. Achso, warte mal. Zitronen. Sind auch nicht. Blödsinn. Sind auch nicht voll. War ich jetzt richtig? Zitronen nehmen wir auch mit. Dann kann ich auch wieder auffüllen. Ähm. Das sind Zitronen? Ah ja. Wo haben wir noch Zitronen? Oh, es sind keine Zitronen am Start. Okay. Aber wir könnten trotzdem mal schauen, ob wir noch irgendwas reinkriegen. Das Einzige, was voll ist, ist er hier. Die sind voll. Der Feld uns wieder weiß. Sieben Stück gleich. Okay. Ähm. Gut. Die haben wir. Zitronen haben wir gerade geschaut. Ist nix. Äh. Ah. Da haben wir ja auch noch Weiß zwischen. Das sind aber jetzt, glaube ich... Jetzt habe ich es nicht gesehen. Verdammt. Oder die. Nee. Das heißt, nur diese hier sind weiß. Okay. Dann nehmen wir die mit. Sodali. Sodala. Die wir immer brauchen, sind aber nicht aberntbar, na. Da unten sind Zwiebeln fertig. Was ist das? Kichererbsen. Ja, dann hauen wir wieder Kichererbsen hin. Ah. Das war wieder einmal zu viel. Ja. Ähm. Ähm. Äh. Äh. Weizen ist fast voll, weißt du was, wir geben jetzt, die Hühner sind eigentlich eh immer ziemlich schnell fertig, geben wir ein paar Weizen aus. Die brauchen nämlich nur 20 Minuten, das heißt, wenn wir die abdingsen müssten, wäre das eh nicht, müssten wir eh nicht so lange warten, die brauchen schon eine dreiviertel der Stunde, hm, jetzt wieder nachts, okay, die da oben brauchen dann schon wieder viel länger, gell, eine Stunde 14, aber ich muss Weizen anbringen, sonst läuft mir der Weizen gleich voll und ich könnte ihn ja eigentlich auch verkaufen, was könnte ich eigentlich auch machen, die ist, Bäume technisch, warte, ähm, gehen wir mal her, und hier, uh, die haben jetzt eine Animation mit einem Geschenkkorb, was ist da los? Blau, glaube ich, können wir auch einmal verkaufen. So, Fische könnte man wieder bar hergeben, ähm, wir haben schon wieder 5.000 besammelt, die Eier, die ich gesammelt habe, könnte ich nachher geben, Milch, weil sie eh voll ist eigentlich, ja, passt, jetzt könnte ich das Gemälde machen, warte, ich habe ja Zwiebeln gesammelt, warte, 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 äh, hier, Oma-Gemälde, bitte, also Seite, hier dann nochmal, ich weiß nicht, ob das Bild schon, ja, ist fertig, dann können wir hier auch noch Oma machen, so, die Umi, seit wann steht da dabei im Besitz? Ich glaube, das ist gemeint, wie ich will das mal machen, oder? So, alles andere ist eh noch immer nisch, die sind fleißig da unten, das passt, ich könnte die Sachen hier drüben eventuell erstmal wegpacken alle, oder? Wir brauchen ein Dummes das nicht, dann haben wir es weg, so, und wir löschen die Felder, sehr gut, so, weil das, glaube ich, bleibt ja alles, wenn wir es zurücksetzen, glaube ich, bleibt das, weg damit, weg damit, wunderbar, die ernt man noch schnell, obwohl es eigentlich ein Blödsinn ist, das wollte ich eigentlich nicht, so, weg, 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 die können weichen, so, das kann weg, 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 da habe ich schon eins vergessen und rein aber wo war das da oben irgendwo so und weg ja da habe ich jetzt nichts zurückgekriegt nein so dann pflanzen wir noch die rüben an weil man welche brauchen für die quest so der kürbis muss weichen wie viel brauchen wir denn hierfür okay ein feld voll reicht alles klar hier ist es auf einer neuen stufe ok die fische nehmen wir noch mit dann ist glaube ich nicht fest abgeschlossen kann das sein ach gar nicht mal ich brauche noch immer welche ok ansonsten holen wir uns noch schnell die äpfel und zitronen wenn wachsen zitronen sind hier keinen da auch nicht dann haben wir hier oben noch ein apfel dass man die fabriken auffüllen können so apfel und ganz hinten haben wir noch zitrone einmal und wo war das ist das zitrone ne ist birne sieht so zitronig aus dann hier gut dann füllen wir jetzt noch ganz fix die produktions dinge auf so runter runter die sind voll die sind voll kriegen wir jetzt drei rein so die sind voll und hier kriegen wir vier rein ok aber das blubbert na gut ich hoffe ich war nicht zu laut ich höre es uns jetzt eh dann ich höre mir das jetzt schnell an und sorry wenn es so ist sorry 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 ja ansonsten die nächste folge wird wahrscheinlich dann wieder ein bisschen besser ich sag dankeschön und bis dann bis dann